Es ist bekanntlich ja unendlich trostloser, für albern als für schlimm zu gelten. Annette von Droste-Hülshoff, bei uns zulande auf dem Lande. Prolog, Dienstag, 1. Oktober Das war nicht seine Absicht gewesen, ganz bestimmt nicht. Das hatte er nicht gewollt, niemals. Er hatte sie doch geliebt, liebte sie immer noch, wie er noch nie zuvor jemanden geliebt hatte. Dass er sie angeschrien und zu Boden gestoßen hatte, war unentschuldbar und nicht wieder gut zu machen, egal, was sie ihm angetan hatte, egal, wie sehr sie ihn mit ihren bösen Worten verletzt hatte. Sie hatte es ja nicht so gemeint, hatte ihm bloß wehtun wollen, um sich selbst wehzutun, wie fremdgesteuert. Sie war nicht sie selbst gewesen, nicht seine Anna. Das begriff er inzwischen, auch wenn es jetzt zu spät war. Er hatte viel zu heftig reagiert, war völlig ausgerastet und hatte die Kontrolle verloren. Hatte alles nur noch schlimmer gemacht, alles zerstört. Dabei gehörten sie doch zusammen. Anna und Oliver. Das A und O, wie sie manchmal gescherzt hatte. Jetzt war sie tot und er trug die Schuld daran. Er hatte sie umgebracht. Er allein. Als er Annas Körper auf dem lehmigen Boden gesehen hatte, seltsam verrenkt und dem Dunkeln zwischen dem Gerümpel kaum auszumachen, da wäre er am liebsten ebenfalls gestorben. Auf der Stelle. Um wenigstens im Tod mit ihr vereint zu sein. Für immer, wie sie es sich versprochen hatten. Es wäre so einfach gewesen. Aber ihm hatte der Mut gefehlt. Mal wieder. Stattdessen war er davongerannt. Auf dem Trampelpfad, durch den Finsterbusch. Weg von der alten Ziegelei. Weg von allem. Kopflos. Hilflos. Er hätte die Polizei rufen müssen. Den Notarzt. Die Feuerwehr. Irgendwen. Doch auch dazu hatte er nicht den Mut gehabt. Er war schon immer ein verdammter Feigling gewesen. Sonst wäre es gar nicht so weit gekommen. Erst als er wenig später in seiner Wohnung angekommen war, hatte er begriffen, was eigentlich geschehen war. Was er getan hatte und was nun zu tun war. Um nachzuholen, was er an der Ziegelei versäumt hatte. Es war schließlich nicht das erste Mal. Er besaß eine gewisse Erfahrung darin. Erfahrung? Nein, er sollte ehrlich zu sich sein. Es war nur eine Erfahrung im Versagen. Doch diesmal würde er es zu Ende bringen und nicht so stümperhaft und halbherzig vorgehen. Eher ein Hilferuf als ein ernsthafter Suizidversuch, hatte der Arzt im Krankenhaus nach jenem dilettantischen Versuch gesagt. Seitdem waren einige Jahre vergangen und er hatte viel recherchiert, sich schlau gemacht, einen Masterplan erstellt. Wie eine Anleitung zum Sterben. Für alle Fälle. Nachdem er und Anna wieder ein Paar geworden waren, hatte er gedacht, dass er diesen Plan niemals benötigen würde. All die Angst und das Düstere und das Schwere, die er in den letzten Jahren empfunden hatte, waren von ihm abgefallen. Der Bann war gebrochen. Er hatte endlich angefangen zu leben. Mit Anna. Doch jetzt war alles wieder da. Schlimmer als jemals zuvor. Und es gab nur einen Weg, es zu beenden. Es war eigentlich ganz einfach. Eine Badewanne mit warmem Wasser. Einige Aspirin-Tabletten zur Blutverdünnung. Eine große Dosis Triazolam gegen die Angst. Und natürlich ein Cuttermesser. Scharf wie ein Skalpell. Er hatte sogar daran gedacht, den Duschvorhang vorzuziehen, für den Fall, dass es zu sehr spritzte. Das tat es aber gar nicht, weil er die Wanne randvoll gefüllt und die Arme unter Wasser aufgeschlitzt hatte. Längs. Nicht quer. Er war ja nicht blöd. So lag er also in der Wanne und schaute dem Wasser dabei zu, wie es sich rot färbte. Oliver hatte sich strikt an seinen Masterplan gehalten. Auch an die Terrassentür hatte er gedacht. Es war ja nicht nötig, dass man die Wohnungstür eintreten musste, um ihn zu finden. Alles nach Plan. Nur vorher an der Ziegelei nicht. Da war die Sache aus den Fugen geraten. Er versuchte, nicht daran zu denken und nicht auf den pochenden Schmerz zu achten. Der war aber gar nicht so schlimm, wie er befürchtet hatte. Vermutlich wegen der Tabletten, die er geschluckt hatte. Das war auch der Grund, warum er alles so gedämpft und verschwommen wahrnahm. Wie durch einen Schleier. Irgendwo läutete es. Ganz leise und weit entfernt. Wahrscheinlich passierte das nur in seinem Kopf, als könnte er bereits die toten Glocken hören. Die Müdigkeit kam plötzlich und mit vorher nie gekannter Vehemenz. Alles erstarrte. Erst wie in Zeitlupe, dann völliger Stillstand. Als schliefe er mit offenen Augen, als hätte das alles gar nichts mit ihm zu tun. Er wollte sich zwingen, die Augen zu schließen. Aber auch dazu war er zu müde. Sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Er starrte, ohne etwas zu erkennen. Nur das Licht war jetzt anders. Irgendwie dunkler. Ja, da war ein Schatten. Auf dem Duschvorhang. Es sah beinahe so aus, als bewegte sich der Vorhang am Fußende der Wanne. Und der Schatten wurde zu einem Schemen. Wie in dem Märchen vom Gefattertod, das ihm sein Vater früher so oft vorgelesen hatte. Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder. Mama hatte dann stets mit Papa geschimpft. So eine gruselige Geschichte sei doch nichts für kleine Kinder. Da könne einem ja Angst und Bange werden. Sie hatte recht gehabt. Ihm war Angst und Bange geworden. Doch damit war es nun vorbei. Keine Angst mehr. Ein für allemal. Endlich. Erster Tag Samstag, 19. Oktober 1 Der finstendorper Friedhof lag verschlafen und beinahe idyllisch am Rand des Dorfes, umgeben von abgeernteten Maisfeldern und immer noch grünen Wiesen. Der morgendliche Hochnebel hatte sich ein wenig gelichtet und die Sonne stand als blasse Scheibe einer Handbreit über dem Horizont, konnte die Feuchtigkeit in der Luft aber nicht vertreiben. Herbstwetter eben. Als er die Adresse am Sportplatz auf dem Totenbrief gelesen hatte, waren Heinrich Tenbrink unwillkürlich schlimme Vorahnungen gekommen. Er hatte befürchtet, dass es sich um einen dieser neumodischen und seelenlosen Friedhöfe handelte, die allein nach Zweckdienlichkeit und praktischen Gesichtspunkten gestaltet waren, in Eile aus dem Boden gestampft, weil der alte Totenacker neben der Kirche von der zuständigen Behörde zum Bauland erklärt worden war. Neubaugebiete. So nannte Tenbrink in Gedanken diese meist baumlosen und mit hässlichen Betonskulpturen verunstalteten Friedhöfe, von denen er während seiner Zeit als Kriminalkommissar so viele zu Gesicht bekommen hatte. Doch der Finstendorper Friedhof war alles andere als neu und auf eine angenehme Weise aus der Zeit gefallen. Riesige Buchen und Erlen beschatteten ein weitgehend naturbelassenes Areal, auf dem die Gräber nicht in Reihe und Glied, sondern scheinbar ohne jede Ordnung verteilt waren. Als wäre der Friedhof Stück für Stück und je nach Bedarf mit dem angrenzenden Dorf gewachsen. Familiengräber und prunkvoll bebaute Grüfte befanden sich neben schlichten, Einzel- und unscheinbaren Urnengräbern. Auch der Bewuchs mit Bäumen, Büschen und Hecken war erfreulich uneinheitlich. In der Mitte des Friedhofs stand eine kleine und altertümlich wirkende Friedhofskapelle, weiß verputzt mit beinahe quadratischem Grundriss und großem Kruzifix über der Eingangstür. Ein dünnes Glockentürmchen ragte oben wie die Spitze einer Pickelhaube aus dem Satteldach. Zu unserem Herrn Jesus Christus beten wir voll Vertrauen für unseren Bruder Oliver. Der Priester im schwarz-violetten Gewand machte mit dem Weihwassersprengel ein Kreuzzeichen in die Luft. Erlöse ihn, oh Herr, erlöse ihn, oh Herr, antworteten die nicht sehr zahlreichen Trauergäste, die sich um das offene Graf... Der Priester im schwarz-violetten Gewand. Der Priester im schwarz-violetten Gewand. Erlöse ihn, oh Herr, es ist in der Nähe Graf...